Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Das war lustig. Ein Notenständer, oh oh, das verheißt nichts Gutes. Diese südländischen Modelle sind doch der reinste Schrott. Ständig geht irgendwas kaputt. Was für ein hässliches Nest, das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Wen haben wir denn da, wenn das nicht der Neuankömmling ist, von dem alle reden? Tun sie das? Wird ja auch Zeit. Die Geschichten von meinen Heldentaten sind alle noch untertrieben. Wir sind nicht interessiert an Märchen. Du hast etwas, das wir haben wollen. Zu dumm. Mit gutem Aussehen muss man geboren werden. Wir reden von den geheimen Aufstiegscodes. Die Aufstiegscodes? Nur über meine Leiche. Wartet, lasst mich das umformulieren. Oh oh. Er hat sie nicht dabei. Er ist wohl doch nicht so dumm wie er aussieht. Und was machen wir jetzt? Wir sollten der Donnerbericht erstatten. Au. Warum? Natte Leute trifft man hier. Ich sollte etwas bescheidener auftreten. Ich muss ja zum Gadget Shop... äh... zum Gadget Shop... Die will ich nicht. Es sind ziemlich mickrige Köder. Kein Vergleich zu meinem epischen Walköder aus phosphoreszierenden Sardellen. Was habe ich eigentlich damit gemacht? Ich erinnere mich, ihn an Bord mitgenommen zu haben. Was war es noch gleich, was ich nicht mehr mit Gläsern voller Haken tun wollte? Ach ja. Reingreif. Aua. Aua. Juhu. Verschwinde. Du verscheust die Fische. Aber... Kusch. Ich kusch ja schon. Habe ich noch was im Boso Scooter zu suchen? Ich würde ja gerne behaupten, dass ich nicht im Müll wühle. Aber wem will ich etwas vormachen? Das hier ist immerhin Deponia. Uh, glitschig. Ist das eklig? Nein. Es reicht. Ich gehöre hier einfach nicht her. Ich... Moment. Was ist das? Hey. Das ist ja mein alter Sardellenköder. Der ist doch noch gut. Ach. Aha. Ach. Das doll. Ich kann nicht hier weg. Nicht ohne Goal. Wenn ihr dabei ist, dann kommt die Schein so weit weg. Ich bin dabei große Zeit. Ich nehme mir vor. Ich bin dabei ein bisschen mehr. Ich bin dabei ein bisschen mehr. Ich komme hier. Das ist das alles. Jetzt habe ich aus, wie gesagt, die Schein ist. Ich kann hier sagen, dass ihr... Es gibt eine kleine Schein, die Schein. Also ist das die Schein, die Schein ist. sind. Wie kann ich Ihnen helfen? Doc schickt mich, um einen Satz Datasetten abzuholen. Aber natürlich. Wir haben zur Zeit zwei unterschiedliche Marken im Sortiment. Die erste Sorte heißt Platinum Proof Professional. Sie sind etwas teurer, haben dafür aber die bessere Qualität. Es gibt aber noch eine billigere Sorte. Cowboy Dodos lustige Allzweck-Datasetten. Sie sind zwar qualitativ nicht ganz so hochwertig. Dafür gibt es einen bunten Lolli gratis dazu. Ein Lolli? Also, welche Marke darf es denn sein? Sind es auch wirklich die guten Datasetten? Natürlich. Immerhin geht es hier um Golds Bewusstsein. Na, dann kann es ja losgehen. Hat es funktioniert? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt nicht. Rufus? War ja klar. Warum drängt sich eigentlich immer, wenn ich dich sehe, dieselbe Frage auf? Wer ist der gutaussehende Typ in dem Mantel? Wo bin ich hier? Weil dich meine magnetische Ausstrahlung orientierungslos macht. Hm. Im Ernst? Wohin hast du mich diesmal verschleppt? Und warum stinkt es hier so? Das ist hier der schwimmende Schwarzmarkt. Du bist in Sicherheit. Sicherheit? Rufus, ich war gerade auf dem Weg nach Elysium. Okay, schon. Aber mit dem Falschen. Cletus wollte mir helfen. Und du traust diesem verlogenen Schmierlappen? Tja, wem glaube ich wohl eher? Meinen Verlobten oder seiner billigen Imitation? Was ist denn bloß los mit dir? Was los ist? Ich wache auf und finde mich in einem stinkenden Folterkeller wieder. Das ist los. Mich juckt es bereits überall, nur weil ich diese schadstoffverseuchte Luft atmen muss. Oh, mir wird übel. Ich muss hier raus. Sie ist ganz schön sauer. Das täuscht. Ich habe eine gewisse Wirkung auf temperamentvolle Frauen. Sie werden temperamentvoll? Sehr witzig. Aber sie kam mir tatsächlich ein wenig biestig vor. Bist du sicher, dass du bei ihr nichts durcheinandergebracht hast? Hm. Ich glaube, ich habe tatsächlich eine Erklärung. Die Datasette wurde nicht vollständig beschrieben. Fast so, als wären es die Billigen gewesen. Nicht billiger als deine Ausreden. Wie es scheint, wurde ihr Bewusstsein in drei Teile gespalten. Die Frau, die da gerade aus dem Labor gestapft ist, ist also nur ein Teil von Goal? Und nicht der angenehmste, wie ich hoffe. Echt mal, Doc? Ich dachte, du bist ein Fachmann. Es ist nichts, was ich nicht wieder reparieren ließe. Dazu brauche ich allerdings alle drei Datasetten. Also auch die, die jetzt gerade in ihrem Implantat steckt. Außerdem kann ich den Eingriff nicht ohne die Unterstützung der Patientin vornehmen. Also müssen alle drei Teile von Goal kooperieren, bevor ich mit der Operation loslegen kann. Na, so wie die gelaunt, ist es sie bestimmt ganz begeistert, sich nochmal den Schädel aufklappen zu lassen. Ja, vielleicht fängst du lieber mit einem anderen Teil ihres Charakters an. Hä? Nimm die zwei Datasetten, die noch im Auswurfschacht liegen. Und das hier. Was ist das? Eine Fernbedienung? Nicht ganz. Siehst du das Fach an der Rückseite? Leg einfach eine der anderen Datasetten ein und drück den Knopf, wenn du in Goals Nähe bist. Sag ich doch, eine Fernbedienung. Es ist schon etwas komplizierter. Die Daten werden in einen Puffer geschrieben und... Ich kann zwischen zwei Charakteren hin und her zappen. Nein. Ja, so ähnlich, aber wie bei einer Fernbedienung. Genau. Wie bei einer Fernbedienung. Cool. So eine hätte ich mal für Toni haben sollen. Beeil dich, Rufus. Je länger sich die einzelnen Charaktersplitter an ihre Selbstständigkeit gewöhnt haben, umso schwieriger wird es, sie zur Operation zu überreden. Suche Goal und überzeuge sie. Alle drei Teile von ihr. Ich bereite hier schon einmal alles weitere vor. Na dann, auf geht's! Ich weiß nicht, wozu dieses Kreissägen-Ding da... ...vonnöten gewesen ist. Aber okay. Ja, ja, ja. Oh, das ist zu gut. Ähm... Steuerung halt, ne? Dann schon eher schwarz, mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streit-Axt. Dann schon eher schwarz, mit so aufgeklebten... Und so, ein klein wenig... Oh, hier war ich ja noch gar nicht. Abgelaufene Beruhigungspillen, besser als nichts. Yeah, Beruhigungspillen, wow. Was? Wo? Was verkaufst du hier? Was verkaufst du hier? Wonach sieht es denn aus? Nein, im Ernst, wonach sieht es aus? Ich bin blind, weißt du? Ich sehe hauptsächlich bewusstseinsverändernde Substanzen, illegale Drogen und fragwürdige Medikamente. Dann ist ja alles in Ordnung. Das hier ist mein Drugstore. Scheinbar. Was kann ich für dich tun? Ich würde gerne was kaufen. Oh, das ist gut. Das ist sehr gut. Was soll's denn sein? Haha, ich hätte gerne einen Plus-5-Heiltrank. Ich hätte gerne einen Plus-5-Heiltrank. Die sind leider alle. Aber ich hätte etwas Gegengift im Angebot. Nee, lass mal. Dann spare ich lieber. Was ist in der Flasche da hinten? Unverdünntes Ethanol mit Frostschutzmittel. Schmeckt eigentlich ganz okay. Ich habe das früher oft getrunken. Aber irgendwann habe ich die Flasche nicht mehr gefunden. Hast du Beruhigungspillen? Ja, aber nur auf Rezept. Du, ich habe hier ein Rezept. Das ist kein Rezept. Das ist ein abgerissener Knopf von deinem Mantel. Bist du dir da ganz sicher? Hör mal. Ich mag blind sein. Aber ich bin nicht blöd. Das kann man so oder so sehen. Gibt's irgendwas umsonst? Nicht wirklich. Das Einzige, was ich dir anbieten könnte, wäre das Probeexemplar von diesem neuen Gewächs. Es enthält diverse bewusstseinsverändernde Substanzen, die noch niemals an Menschen getestet wurden. Höchst gefährlich. Absolut illegal. Und die möglichen Nebenwirkungen sind genauso unaussprechlich wie unvorhersehbar. Aber es ist umsonst. Ja, schon. Aber... Na dann her damit. Nicht so schnell. Die Cucumis Agnizio gibt es nur im Austausch gegen einen Gratis-Coupon. Cucu, wa? Cucumis Agnizio. Die Gurke der Erkenntnis. Der Wirkstoff liegt in ihrem Saft. Leider ist die Schale sehr hart. Harte Schale, gefährlicher Inhalt, unvorhersehbare Nebenwirkungen. Wie bei mir. Okay. Für mich erstmal gar nichts. Jeder das, was er verdient. Ich bin neu hier. Gibt's hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten oder so? Sehr lustig. Falls du es noch nicht bemerkt hast. Ich bin blind. Nobody is perfect. Nobody but me. Du bist blind? Wie kommt's? Sagen wir es einfach mal so. Es ist zu spät, sich anzugewöhnen, die Beipackzettel zu lesen. Von hier aus hat man einen guten Überblick über den Marktplatz. Ah, das erklärt eine Menge der Geräusche, die ich in letzter Zeit so höre. Was gibt's denn zu hören? Irgendwelche Neuigkeiten oder Gerüchte? Tja, da muss ich dich wohl enttäuschen. Diese rhythmische Hintergrundmusik übertönt alles. Außer die gelegentlichen Jubelrufe aus Richtung der Arena. Warst du kürzlich in Bellevue? Lustig. Diese Musik ist mir auch schon aufgefallen. Ich wünschte man könnte sie einfach irgendwie ausschalten. Mir ist nämlich das Ohrwurmspray ausgegangen. Ausschalten. Hintergrundmusik. Gibt es hier wirklich ein Rätsel, was von mir verlangt, die Musik auszuschalten, damit ich irgendwas interagieren kann? Warte mal, was ist denn das? Haha. Was hat es mit dieser Arena auf sich? Das wüsste ich auch gerne. Ich weiß nur, dass es eine kesselfärmige Vertiefung in der Mitte des Marktplatzes ist. Dort findet irgendeine Art sportlicher Wettkampf statt. Soweit ich weiß, hat es mit Schnabeltieren zu tun. Und mit Wasser. Mit Wasser? Ja, zum Glück haben sie inzwischen ein Geländer um die Arena gebaut. Kuckuck. Verschwinde. Warte mal, was ist denn das? Haha. Wir sehen uns. Sprich nur für dich. Und vorweichen. Nehmen. Oder benutzen. Hm. Docks zuerst start. Dunkelgast mit dem Hafen. Bellevue. Was soll das denn? Ein Gitter. Hey. Hallo. Hallo. Was heißt denn hier Burg? Frechheit. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, 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 hässlich wie die Nacht. Haha. Haha. Zu geil. Noch einmal. Wer benutzt denn da einen Spaten zum Harken? Ach, seht nur Kinder. Es ist Glatzmatz, der Gartentroll. Glatzmatz, Glatzmatz, hässlich wie die Nacht. Haha. Ich liebe es. Haha. Go, go. Rufus, Gummia. Tja, also, sonst klappt das immer. Go, go. Gummia. Was? Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine, ähm, Pflanze ist. Wow, Rufus. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Gummia. Neu. Gummia. Tja, auchyou. Gummia. 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 Eine Harke, die könnte nützlich werden. Tja, kann ich noch nichts machen. Der merkt mich ja nicht.